Wie schon in der letzten Folge ist die Iris wieder bei mir, eine ganz fantastische Traurednerin. Und ich wollte sie heute fragen, wo man denn freie Traum abhalten kann. Gibt es da Einschränkungen? Eigentlich gibt es keine Einschränkungen. Also du kannst eine freie Traum überall stattfinden lassen, ob bei dir zu Hause im Garten oder in einem Waldstück oder auf einem Schiff oder an einem See. Also eigentlich gibt es keine Grenzen. Die Grenze ist natürlich, wenn der Ort jemandem gehört. Da musst du mal nachfragen. Entschuldigung, dachte ich hier heiraten. Ansonsten? Ich glaube, ein Flugzeug ist vielleicht... Flugzeug wahrscheinlich nicht. Und irgendwie so, ja, wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht doch. Muss man mal fragen. Wäre mal... Fragen kostet nichts. Aber dann ist es ja eigentlich echt gut, weil man sich ja natürlich auch auf den Stil von der Hochzeit adaptieren kann. Und wenn es eine Bobo-Hochzeit ist, ist vielleicht etwas draußen in so einem Wald und verspielt super schön. Oder man hat eine ganz, ganz fantastische Hochzeitslocation, ein Restaurant oder ein Hotel oder so. Und kann da das machen. Vielleicht haben die auch einen Saal. Sehr, sehr cool. Und ist natürlich nicht gebunden, wie zum Beispiel bei dem Standesamt oder der Kirche, dass es drin ist. Sondern man kann wirklich draußen, wie man sich das schon immer erträumt hat, an einem See oder irgendwo schön sitzen und ja, das da stattfinden lassen. Finde ich voll. Genau. Die Tendenz ist zwar, dass jetzt mittlerweile auch Standesämter mit Locations kollaborieren und da eventuell auch draußen. Aber man ist bei Leuten nicht so frei, wie bei einer Freitaum. Nein, überhaupt gar nicht. Und man ist auch an die Location geworden. Und ich habe jetzt zum ersten Mal gehört, dass ein Pfarrer auch auf eine Wiese kommen würde zum Traum. Das wusste ich vorher gar nicht. Also manche lassen sich das tatsächlich überreden zu. Aber das geht auch nicht immer. Und es kommt ganz, ganz auf den Pfarrer. Ja. Also von daher ist es echt eine super Alternative. Genau. Finde ich schön. Da ist man auf jeden Fall nicht eingeschränkt an seinen Wünschen. Ja, und man kann auch die Traum so gestalten, wie man es eigentlich für sich gerne wünschen würde. Ja, cool. Danke dir. Ja, schreibt uns doch mal, wenn ihr eine freie Traum geplant habt, wo ihr eure freie Traum abhalten werdet. Ich habe demnächst schon mein ehemaliges Brautpaar, die Franzi und den David, interviewt. Und die beiden haben die freie Traum draußen im Garten von dem Hotel, wo sie gefeiert haben, abgehalten. Das war auch super, super schön. Ich bin gespannt, wie ihr eure Traum gestalten möchtet. Ja, und bei weiteren Fragen, wie immer, schreibt uns in die Kommentare, schreibt uns eine Nachricht über die Website. Wir abwollen schnell und freuen uns über jede Nachricht. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018